Weil die Spieler dann auch so ein bisschen die Köpfe hängen lassen nach dem 2 zu 1 und das ist etwas, was sie uns verbessern können. Weil wir haben auch gesehen, dass der FC Bayern jetzt auch gegen Dortmund wieder sehr schnelle Angriffe fährt, sehr Tempo sehr hoch fährt und darauf ein bisschen aufpassen und auch wie im Hinspiel eine Antwort drauf finden. Ich habe noch eine Frage zu sagen. Ich habe noch eine Frage zu sagen. Ich habe noch eine Frage zu sagen, dass ich mir sehr viele Fragen verletze, aber ich habe noch eine Frage zu sagen.